Mama, wenn ich groß bin, werde ich bloggern. Ja, aber was ist das überhaupt und womit verdient eigentlich ein Blogger sein Geld? Und ist das überhaupt ein Geschäftsmodell, wo man sagen kann, ja Kind, damit bin ich zufrieden, das kannst du in Zukunft machen. Das erfährst du in diesem Video. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater und war früher auch mal als Blogger unterwegs. Deswegen kann ich dir da einiges schon dazu erzählen. Und du schaust heute Steuern mit Kopf. Wer Steuern spart, wer Steuern plant. An unserem Online-Mittwoch erzählen wir euch ja immer etwas über Geschäftsmodelle und bauen diese jetzt dazu auf, dass wir eine komplette Serie haben mit allen steuerlichen Fallen und was du wissen musst. Das heißt, wir werden auch in Zukunft noch sehr, sehr viel mehr über Blogging erzählen und was du wissen solltest. Eine wichtige Sache, Blogger und Texter werden gerne immer so ein bisschen durcheinander geworfen, aber Blogger sind ja eher diejenigen, die zum Beispiel zu einem bestimmten fachlichen Thema etwas zu erzählen haben, weil sie dort sehr viel Expertise haben oder weil sie dort vielleicht, sage ich mal, sehr, sehr gut sich gerade einarbeiten wollen und dementsprechend ihren Weg dorthin erzählen. Ich selbst habe damals angefangen und so kamen sie auch dann mit Steuern mit Kopf und Kolja Barkhorn zusammen mit Finanzgeflüster. Ich habe den Blog 2016 gestartet. Ging rum und um das Thema Finanzen. Ist auch heute, wie gesagt, noch aktiv. Ist so, dass wir in dem Zusammenhang dort einfach so kleinere Finanzthemen aufgebaut haben. Ich habe ja erzählt, ich habe damals 2013 angefangen, mit dem Thema Finanzen mich zu befassen und habe dann auch Blogs wie Aktien mit Kopf oder natürlich YouTube-Channels wie Aktien mit Kopf genutzt und dann in dem Zusammenhang immer mehr auch selbst gesagt, okay, langsam habe ich ein bisschen auch Know-how. Davor BWL mit Schwerpunktsteuer und Wirtschaftsprüfung, sage ich mal, studiert, dann später meinen Steuerberater und alles und habe natürlich auch von den Mandanten her ein bisschen Erfahrungen sammeln können, wie natürlich hier Probleme entstehen und welche Probleme man umschiffen kann. Das alles habe ich so auf Finanzgeflüster immer regelmäßig veröffentlicht und jetzt aber natürlich mal die Frage, welche Blogs gibt es überhaupt? Ich habe mich jetzt erst natürlich zur Recherche dieses Videos mal wieder intensiv damit befasst, mit Blogging im Allgemeinen, denn wir haben natürlich auch Blogs, wo wir unsere Beiträge veröffentlichen, aber es ist erstaunlich, wie sich der Markt in den letzten sechs Jahren, wo ich begonnen habe, bis heute hin entwickelt hat. Und ich sage mal so, die bekanntesten Blogs an dieser Stelle sind eigentlich klassischerweise Travel Blogging, Fitness, Food, Finance und Business. Das sind so die häufigsten Bereiche, wo man auch sieht, denn ganz wichtig ist, ein Blog als solcher muss nicht zwangsläufig eine Homepage sein. Es kann natürlich auch der Instagram Influencer hier bloggen auf seinem Instagram Account. Es gibt auch Facebook Blogger. Also das heißt, das ist ein sehr weiter Begriff. Es geht hier einfach nur darum, dass Blogger primär Informationen textlich aufbereiten. Das heißt, es kann sowohl sein, auch zum Beispiel wir bereiten ja auf www.steumekopf viele Beiträge hier nochmal in, ja sage ich mal, Leseform vor oder auf, dass hier ein Blog vorhanden ist. Blog ist natürlich immer auch laufende Thematik. Jetzt ist es so, ich habe mich mal damit befasst und war echt überrascht, dass es natürlich diese Blog-Typen gibt, aber es gibt noch unterschiedliche Blog-Arten. Und da möchte ich mir was dazu erzählen, weil das fand ich auch recht interessant. Es gibt zum Beispiel Service-Blogs, Knowledge-Blogs, Kampagnen-Blogs, Themen-Blogs, Produkt- und Marken-Blogs, Kollaborations- und Projekt-Blogs, Customer-Relationship-Blogs und Krisen-Blogs. All diese Blogs haben unterschiedliche, sage ich mal, Zielsetzungen, wo man zum Beispiel sagt, okay, ein bestimmtes Thema, eine bestimmte Situation, ein bestimmtes Problem oder ähnliches oder für eine bestimmte Kampagne soll etwas gelöst werden oder für eine bestimmte Marke. Interessanterweise gibt es auch aktuell ca. 1,7 Milliarden Internetseiten im Netz und davon sind knapp ein Drittel, also knapp 500 Millionen Blogs aktiv. Diese sind natürlich sowohl Privat-Blogs, Business-Blogs, also von Unternehmen, aber auch natürlich von Influencer, Content-Creator und Ähnliches. Jetzt ist es so, Blog-Thematik ist auch relativ spannend, weil wenn du auch einen eigenen Blog aufbaust, so wie ich es damals gemacht habe, da kannst du wirklich sehr, sehr viel Zeit drin versenken, sage ich mal. Denn ich habe sehr viel Zeit mit diesem Blog verbracht und sehr viel auch in der Technik rumgeschraubt. Mittlerweile haben wir ja mit Steuertools, Steuermekopf auch sehr, sehr viele Internetseiten, auch Finanzgeflüster, wo wir gerade Projekte ganz einfach haben. Ich zum Beispiel habe mir mittlerweile in den letzten Jahren auch Programmieren selber beigebracht. Zum Beispiel aktuell lerne ich gerade die Programmiersprache React. Aber in dem Zusammenhang ist es trotzdem so, bei Blogs ist eins wichtiger als die Programmierkenntnisse, sondern WordPress. WordPress und Content ist King. Es gibt viele, wir haben auch leider die schlechten Erfahrungen mit einer Marketingagentur gemacht, mit der wir jetzt zusammengearbeitet haben im letzten Jahr, von der wir uns jetzt Gott sei Dank auch getrennt haben. Wo wir, sage ich mal, heute Stand für mich ist, wo wir auch sehr, sehr intensiv uns mit der Recherchearbeit damit befasst haben und sehr in die Tief reingegangen sind, auch mit IT-Land uns unterhalten haben. Wenn dir jemand eine Blogseite anbietet, die nicht auf WordPress unterwegs ist, es gibt da so schlechte Systeme wie Contao, wo wir sehr lange jetzt damit gekämpft haben, wo man sagen muss, das ist für ein Startup, für ein digitales Unternehmen einfach viel zu schlecht. Es gibt viele Themen, aber WordPress ist deswegen so gut, weil es so einfach ist. Lass dir nicht erzählen von irgendwelchen Themen bezüglich, also wenn du mal eine Seite programmieren lässt oder sagst, du willst es nicht selber machen, lass dir nichts erzählen bei anderen Programmiersprachen, Programmiersystemen, die nicht auf WordPress basieren, von wegen Seitengeschwindigkeit oder Ähnliches oder Sicherheit. WordPress ist sehr sicher, wenn du die Security-Plugins auch sicher und vollständig installierst. Da gibt es kein anderes Thema. Denn alle großen Seiten weltweit arbeiten mit WordPress und nicht mit irgendeiner unbekannten Sache, weil du auch die Plugins relativ schnell und einfach und vor allem kostengünstig einsetzen kannst. Und es ist wirklich so, dass jeder damit arbeiten kann. Jetzt aber natürlich, wie verdient man als Blogger eigentlich sein Geld? Also wenn du jetzt sagst, Mama, ich möchte Blogger werden und jetzt deine Mama damit überzeugen willst oder auch Papa überzeugen willst, dann sind diese Themen hier das, wie du Einnahmen generieren kannst. Das kann natürlich sein, zum Beispiel Einnahmen in dem Fall von bestimmten Werbeanbietern. Also zum Beispiel, es gibt ja Google AdSense, dann gibt es AdHero, es gibt unterschiedliche, sag ich mal, Firmen. Dort baust du einen HTML-Plugin oder natürlich einen HTML-Code ein und dann wird auf deiner Seite ganz einfach Werbung ausgespielt. Erfahrungsdommens, ich habe sehr, sehr viele gute Erfahrungen gemacht bei Google AdSense, bei Finanzgeflüster und auf anderen Blogs, wo ich so ein bisschen mit drin bin. Damit hast du wirklich die sicherste und zuverlässigste Einnahmequelle. Ich habe, wie gesagt, auch damals bei Finanzgeflüster einige Monate gehabt, wo ich mehrere tausend Euro nur durch Google AdSense verdient habe. Dann natürlich ein weiteres Thema ist zum Beispiel Sponsoren. Sponsoren, wenn du sagst, du hast ein bestimmtes Thema, beispielsweise Travel Blog oder Finance Blog und du hast ein Thema, wo du sagst, okay, da bist du wirklich tief drin, dann kannst du sagen, okay, damit kannst du dir vielleicht einen Sponsor ins Haus holen. Ist natürlich immer kritisch, du verlierst ein bisschen Unabhängigkeit, aber trotzdem interessant. Einmal Placements, Produkt Placements, dass du sagst, okay, ein Produkt, das dir von einem Hersteller zugeschickt wird oder ein Thema, wo man sagt, hey, schreib mir bitte was darüber, befass dich mal bitte mit unserem Produkt. Das ist natürlich so ein Thema, aber auch hier kritisch immer zwischen Unabhängigkeit und natürlich dem, was dann natürlich am Ende an Geld rüberfließt. Affiliate Marketing ist meines Erachtens immer noch die faireste Vergütungsmethode in manchen Bereichen. Wenn du natürlich sagst, okay, du hast ein Produkt, von dem du zu 100% überzeugt bist, dann brauchst du keinen Sponsorenvertrag oder ähnliches, aber dann sollte natürlich der Anbieter dir ein gutes Affiliate Marketing Programm, Referral Programm zur Verfügung stellen, wo du natürlich auch dementsprechend vergütet wirst. Natürlich an die Marketer jetzt da draußen, die sagen, ja klar, da machen wir gar kein Sponsoring mehr, sondern bieten bloß noch Affiliate Marketing. Nein, es gibt bestimmte Produkte, dort muss es einfach über ein Sponsoring laufen, denn grundsätzlich bei Neuanführungen ist es natürlich so, das muss erst mal ins Laufen kommen. Kostenlose waren auch immer wieder so ein Thema, eigene Produkte, wenn du selbst natürlich irgendwas hast, natürlich zum Beispiel auch Coachings anbietest, was sehr viele aus dem Finance-Bereich oder Fitness-Bereich machen oder aus dem Food-Bereich und ähnliches. Also da natürlich nebenbei auch immer schauen, dass du nicht von irgendwie einem Anbieter abhängig bist, sondern dass du sehr, sehr viele, sag ich mal, Quellen hast, wo das Geld zufließt, aber natürlich fokussiert auf deinen Blog bist. Und jetzt kann ich da selber was sagen, also ich war sehr, wie gesagt, in der Steuererklärung habe ich das gemacht, also du kannst wirklich mit Blogging wirklich gut Geld verdienen, auch ohne, dass du dein Gesicht zeigst. Ich kenne viele Blogger, die ich persönlich kenne, die ich ja auch auf Veranstaltungen mal kennengelernt habe, die aber noch nie ihr Gesicht gezeigt haben. Was aber bedeutet, das heißt, du hast hier eine Anonymität im Vergleich zu YouTube, wo natürlich schon eher dieses Personal ist, wo du sagst, du musst nach vorne gehen, aber diese Personen können auch ohne ihr Gesicht zu zeigen, hohe Einkünfte erwirtschaften. Denn es ist so, hohe Einkünfte sind natürlich hohe laufende Einkünfte, diese sind aber sehr stark schwankend. Was auch im YouTube-Bereich oder grundsätzlich bei Social Media so ist, du hast bestimmte Phasen, wo du sagst, okay, da geht mal mehr, mal weniger. Erfahrungsgleich ist so ab Oktober bis Januar, Februar ist so der Hauptbereich, wo sich das Hauptgeschäft abspielt. Im Erfahrungsbereich, jetzt sage ich mal, je nachdem, in welcher Branche du bist, ab Mai flacht es langsam ab und im August ist meistens der Markt fast tot. Also von daher natürlich, auch das solltest du mit einplanen, dass du Rücklagen aufbaust, denn dieser Bereich ist sehr schwankend. Genauso natürlich wie alles aus dem Influencer-Content-Creator-Bereich, weil einfach in die Marketingabteilungen dann auch eventuell Pause machen. Wichtig im Blogging ist es mehr als auf YouTube, du musst deine Community ganz einfach pflegen. Du musst das machen, was deine Community will, weil du natürlich dadurch die Community immer wieder abholst. Jetzt ist es so, Blogging ist noch ein wichtiges Thema, genau wie auch auf YouTube hier, deswegen wir machen jetzt auch unser Daily-Programm, wo wir sagen Continuity. Es muss kontinuierlich Content von dir kommen, damit du wirklich erfolgreich bist in dem Bereich und Reality. Denn es will keiner irgendwelche Fake-Stories haben, kein Kopieren, dass du sagst, ok, du hast hier irgendwas super Tolles gelesen und das möchtest, das hast du jetzt auch schon jahrelang erfahren. Und dann merkt man aber schon im Schreibstil, ok, das ist mehr kopiert. Es gibt genügend Faker hier auf YouTube, auf Blogs, die, sag ich mal, sich als Unternehmensberater, sag ich mal, ausgeben, die dann aber in Wirklichkeit, sag ich mal, nur mit ihrem Porsche vor der Kamera, ja, sag ich mal, flexen, in Wirklichkeit aber dahinter diese Umsätze und Gewinne ganz einfach gar nicht stehen und die meisten Autos sowieso geleased sind. Aktualität ist auch beim Blogging wichtig und wichtig ist es auch hier in dem Zusammenhang, dass du natürlich kontinuierlich Wachstum hast. Denn wie gesagt, die Werbebranche, die AdSense-Einnahmen sinken immer mehr, das heißt, du musst natürlich immer mehr Wachstum generieren. Ich selbst hatte in der Spitze mehr als eine Million Aufrufe bei Finanzgeflüster in der Kryptowährungshauptzeit 2017 bis 2018, wo wir wirklich, ich aktuell ja auch als Finanzblogger damals, wirklich richtig Gas gegeben habe und fast jeden Tag einen Artikel zu Steuerrecht und zu Finanzgeflüster rausgehauen habe. Da war wirklich dann massiv mit dabei. Es ist relativ schnell möglich, über Google ein kontinuierliches Einkommen zu generieren, aber natürlich auch über Anbieter wie AWIN oder Finance-Ads, was wir zum Beispiel auch nutzen für Steuern mit Kopf. Da kannst du relativ gute Einkünfte generieren. Von daher, willst du weitere Geschäftsmodelle wissen rund um das Thema Online-Business, dann ab damit unten in die Kommentare. Mein Name ist Roland, ich bin Online-Steuerberater aus Regensburg, war früher mal Blogger, kenn mich in der Szene aus und das war Steuern mit Kopf. Steuern spart. Wer Steuern plant.